Oh, ein bisschen Dach-Action. Okay, ach, das wird wahrscheinlich hier das, äh, genau. Wie heißt denn das Ziehhaus? Mir fällt das Holz gerade nicht ein. Oh, da war jemand. Du musst dich sein, Sarah. Alles ist schwer, aber du musst dich sein, um zu überleben. Mein Vater hat mich niemals schon immer noch niemals. Selbst wenn ich wirklich schlecht war, er hat mich niemals niemals niemals. Er hat nicht wollen, Sarah, Carver hat ihn gemacht. Er ist der schlechte Mann, nicht dein Vater. Also, in einer weirden Weise, Carver ist derjenige, der dich hat, nicht dein Vater. Ich glaube so. Carver hat mich super schwer, weil es immer so schmerzt wie verrückt. Ja, es sieht so aus. Oh, danke. Für versuchen, um zu helfen. Ich weiß nicht, warum Menschen so schmerzen müssen. Wie, selbst wenn ich wirklich schmerzt bin, ich noch nicht will, jemanden zu schmerzen. Oh, Reggie. Don't mess this up. Yeah, I get it. Reggie's in charge here, okay? Listen to him carefully. Yep, no problem, Tavia. Okay, we gotta do a good job, guys. The camp is counting on us. Come on, I'll show you what to do. It's super easy. Pick up a pair of those shears. Oh, okay. Eine zange. Okay, so we're picking these berries, right? Just pick them, put them in the basket. Simple. While you're at it, if you see any dead branches, take those shears and cut them off and stack them neatly for composting. Got it? Aye, 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 aye. Hey, so, is she gonna be okay? Cause what happened down there? That was straight fucked up. I don't want her freaking out and getting me in trouble. She's a baby. There's no helping her. Whoa, that's harsh, kid. I think if Bill did that to me, I'd cry a little too. Look, Bill's had it out for me ever since I helped those guys escape. So I gotta concentrate on my work. Yeah, and I actually wanted to give you the point that you should be careful about it if you... That was awkward. I won't do that again. I'm gonna go work now. Danke. Aber du solltest dich ein bisschen auf sie konzentrieren, wenn du keine Ärger willst. Das war der Versuch, dir diesen Hinweis zu geben. Naja. Will ich meine eigene Arbeit machen? Ich weiß es nicht. Ich habe ihr beim letzten Mal auch geholfen, deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh, shit. Oh, no. What? What did you do? These are only half done. Are those live branches? Clementine, I asked you to help her. Just checking in. See how the new girls are working out. Okay. Reggie. Yeah, Belle. Hey. What the fuck happened in here? Look, Belle, they're new, and me with my arm, it's just not the easy... I just have one arm. Shut up. Shut up. Shut the fuck up. Uh-huh. You better have an explanation for this. And I mean now. Bill, please, just... Sounds like you were about to give me an excuse when I asked for an explanation. It was my fault. No, this ain't your fault. We talked about this, Reggie, didn't we? But you just don't get it, do you? Get what? I... Why don't you girls wait outside? Reggie and I have a few things to talk about. Uh... It doesn't work at all. Thanks for the help, girls. What's wrong, Sarah? Are you okay? No, 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 no. Please, Bill. No. 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 Please. Bye-bye. No. 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 Weakness. Incompetence. It puts us all at risk. And it won't be tolerated. You think about that. The next time you're asked to do something. Get downstairs. Bonnie's got some stuff for you to do. Go. Uh-huh. Oh, hey. So, they want you to run some supplies out to the guys working at the expansion? Real simple. Just take this over to them. That jacket looks real nice. I don't know what Tavia is talking about. Mir gefällt's ja auch immer noch nicht. What's wrong? Clem? You all right? Reggie. Reggie's dead. What? What are you talking about? Carver killed him. He pushed him off the roof. Maybe... Maybe it was just an accident. Nein. Listen to me. Take this stuff out to those guys and come straight back. Just be safe, okay? Now ain't the time to be calling attention to yourself. I need to go find out what happened. Uh-huh. Hey, Troy. Clem's just gonna take them boys some nails. All right. Go on. Hey, Reggie. Hey! That ain't your concern. Get that stuff over to them boys. Just follow them cables. Let's follow him on me. Follow them on me. Arf. Oh, that's how it looks like a weak position, like that makes me fall. good selbst if it's so goddamn important get your fucking hands off we force me to bullshit I said get your hands off me or what you gonna go tail on me I'm Oh nein. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Und komm schon. Oh nein. Los! Komm schon. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh scheiße. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, Glück gehabt. Oh nein. Nimm den Hammer. Nicht die Leiter. Oh, fuck you Kabel, Alter. Was? Nein. Ah! Was habe ich getan? Ich weiß es nicht. Hilfe! Hilfe! Ich bin stärker. Ah! 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 Nein! Nein! Ah! 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 Wut! Ah! Ah! Mach ertapack! Mach mich deine W par Quantepakt! Das ist aber schuld. Ich hab meine W Schild! Jetzt muss ich hier sitzen und babysitzen, ihr Scheiße! Ich kann nicht einen einfachen Scheiß-Patch-Job machen, ohne mich hier zu schrauben! Stop! Hey! Das ist mir! Luke! Ja! Mann! Du bist mir aus! Ich denke, du hast blöd gemacht. Ich komme all diese Richtung. Das ist, das ist die Willkommen. Was machst du hier? Alles klar, hör mal. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, ich habe euch alle hier best I could. Ich habe noch eine Nachts-Rest, seit ihr alle kamen. Das ist die erste Chance, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Sie sind überall, okay? Sie haben die Regierungen. Watching alles. Shh! Ich glaube nicht. Ja, ich habe gerade gehört, dass es so ist. Es wird ins Flügel. Das ist größer als ich das mal sieht, um diese Parzeiten. Carver hat das erwähnt. Er hat gesagt, dass er uns geholfen wird. Ich glaube nicht. Ja, ich habe gehört, die Leute darüber reden, aber es ist gar nicht schön. Okay? Es wird das Ort aufpassen. Ich weiß, es ist das. Ich weiß gar nicht wann, aber es kommt und wird schnell. Ich habe mir geschaut, um dich alle frei zu haben. Aber ich habe noch nicht genug gefunden. Ich habe noch nicht mehr gesehen. Du fühlst dich gut? Nein, ich meine, ja, ja. Sorry, ich könnte nur ein bisschen schlafen, du weißt, es ist schwer zu schlafen, wenn du ein Lurker auf dich denkst, aber ja, ja, ich bin gut. Okay, nicht mehr über mich. Es scheint gefährlich. Die ganze Situation ist gefährlich, aber wir sind jetzt in der Zeit. Das ist das, was wir haben. Wir brauchen einfach ein Plan. Wir haben keine Chance, und alle anderen. Luke! Oh, sorry, sorry, shit. Okay, Troy ain't gonna like you being lean. Listen, Clem, ich brauche dich hier am Morgen, weil ich brauche dich zu einem Radius, okay? Du denkst, du kannst das tun? Ein von diesen Walkie Talkies. Ich brauche nur zu sagen, was geht mit dem Garten. Ich werde die Regeln auf die Regeln aufbauen. Ich meine, sie sind überall überall, aber ich kann mich auf die Regeln aufbauen. Okay. Wir werden nicht mehr ausbauen können, also wir müssen aufbauen. Okay, ich werde dir einen. Danke, Clem. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich aufbauen kann. Remember, du kennst mich hier morgen. Ich versuche, hier zu sein, aber wenn ich nicht, warte so lange wie du kannst, denn ich wirklich brauche diese Radius. Und alle wissen, ich bin gut. Okay? Ich bin Angst, dass... hier zu sein. Ich bin weg, wo ich dich sehe. Komm, weg von hier. Was machst du denn? Huh? Ich habe mir die Comics, da ist eine ganze Karte voll von ihnen. Ja? Keine Karte. Du solltest nicht dotteln, Frau, du kannst etwas wieder so etwas, und du bist in der Karte meiner Hand. Ich glaube, das war die beste Antwort, die ich geben konnte. Das mit den, mit den, ja, Angst vor den Zombies würde nicht funktionieren, glaube ich. Ah, guck mal. Das ist nicht mein Problem. Ich habe euch alle in den Arsch gerettet, die ihr hier drin seid. Allensamt. Ja. Rebecca! Sie ist eine starker Frau, umgekehrt mit weckenen Männern. Ich lasse meine Kinder umgekehrt werden. Geht in hier. Oh nein. Alvin? Alvin! Er hat sich schon seit Jahren verletzt. Er kann nichts hören. Er hat keinen Sinn in einem Racket. Warum machst du das? Wir haben ihn, wir haben Geschichte. Verstehst du? Ein paar Dinge, wir müssen uns umgekehrt werden. Ich würde nicht so interessiert sein, wenn ich dich wäre. Was ist der Problem? Es ist leicht, dass die Depression in den Zeiten wie diese. Aber er war schweig. Und ich meine nicht nur, weil er schweig war. Das war nicht sein Problem. Er war schweig von Willem. Und schweig von Charakter. Und wir können das hier nicht mehr haben. Nicht mehr. Nicht mit dem, was wir am Ende haben. Du bist ein Mörderer. Du kannst versuchen, es zu sagen, etwas anderes. Aber ich weiß, was es ist. Was es wirklich ist. Das ist ein Mörderer. Das ist ein Mörderer. Reggie hat uns zu riskieren. Er hat eine Strecke aus Verlangen. Er hat eine Strecke aus Verlangen. Um einen zu retten zu retten. Das ist eine der schweren Entscheidungen, die eine schwere Person nicht möglich hätte. Das ist der Grund, die Menschen wie uns, um sie zu retten. Das ist die Sicherheit. Du verstehst? Ich wünsche, dass es anders war. Aber sie sind schwere und wir sind stark. Das ist unsere Aufgabe, um sie zu retten. 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 Ich bin nicht wie du. Ich weiß es, wenn ich es sehe. Und wir sind mehr, als du denkst. In Wahrheit, ich glaube, du das erinnerst. Aber du bist noch nicht mit dir. Du kannst du so lange dauern. Um sie zu retten. Ich wusste es, dass du in der Kabin. Du hast Angst. Aber du sahst mich direkt in den Augen. Du hast deine Nerve. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir durch das, die nächste Generation muss noch stärker sein, als die letzte, um uns aus diesem. die Kinder wie du, die gleiche sind. Wie meine Kinder werden. Das ist nicht das Herd, der mich auf der Nacht. Wir können das. Das ist das. Das ist nicht, wenn ich jemanden für alles zu retten. Aber ich bin nicht mehr über das. Das ist nicht dein Baby. Das ist Alvin's. Also, wenn es das wahr ist, das ist jetzt. Okay, jetzt. Bill? Du da? Ja? Ja? Ich bin hier. Die Tür ist kaputt. Die Tür ist kaputt. Troy wirklich macht es kaputt. Wie schlecht ist es? Die Tür ist kaputt, so es nicht kaputt. Ich glaube nicht, es sei denn, aber es ist etwas das Stan sollte sehen, wenn er kann. Ich werde ihn auf es. Out. Das verdienter Idiot. Er ist auf der Weg, und er wird ein verdienter Ding in meine Tür. Was für ein riesen Arschloch. Oh, Zombie. Die Tür ist kaputt. Wie ist das besser? Weil dieser Ort wird kein Chaos, wenn das Ding aufhört. Keineinig werden. Keineinig werden. Und das ist wenn wir gehen. Das ist unsere Öffnung. Wir haben nur einen Weg zu finden. Ihr Freund hier will uns geteilt von Lurkers bevor Bill kann es tun. Was ist das mit dir? Das ist das zu mir. Das ist das zu mir. Du weißt das nicht, was er sagt. Aber es ist gefährlich. Das ist alles gefährlich. Kenny, nicht zu mir sagen. Das ist das so. Das Geräusch. Das Geräusch. Molly, sie benutzt die Bellen um zu kontrollieren, wo sie移st. Ja, das ist richtig. Sie hat sie über die Crawfurt. Wir brauchen nur etwas laut. Well, unless du ein Megaphone in deinem Kopf in deinem Kopf. Das hilft uns jetzt nicht. Ich wähle, dass wir Luke die Radio und warten für eine Öffnung. Oh, komm. Uh-uh. 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 He flagged us down when Troy wasn't looking. Told us his plan. Mentioned he talked to you. If Luke can tell us what's going on with the guards, we can use that to pick a good time to escape. That seems reasonable. Who knows when that'll be? Look, Clem had it right. We just need something loud to get their attention. The PA system Carver is always using is quite loud. There's some speakers outside the building, pointed toward the parking lot. I saw them when we were walking out to the work. Troy is always standing next to one of them. I saw the controls. They're in Carver's office. She's right. It's all controlled in Bill's office. There's a switch in there that'll turn them on. How do you know that? I used to make a lot of the announcements back in the day. I had it flipped on once. Luckily there wasn't much around at the time to hear it. It was plenty loud though. That's perfect. We just got to get into his office. Why didn't you say something sooner? Because it doesn't change anything. This isn't a discussion about how to do it. It's a discussion about whether it's stupid. And it's still stupid. The sensible thing is to get Luke the radio and wait for an opening. You're real difficult to deal with sometimes. Can you? No, that's alright. You ain't exactly a peach either. Why can't we do both? Even if we bring the herd to us, it's probably good for Luke to be able to tell us where they're coming from. You know what? Fine. I can get behind that. Okay. So we get that turd radio. He keeps us posted on the herd's movement. We fire up the PA thing and bring the walkers to roll over this place. And then what? Get some guns and shoot our way out. I don't know. Whatever we can. We improvise. Then that's not a plan. You don't plan to improvise. I figured out what your problem is. You don't think this stuff through. If the end of the plan is just to stroll through a herd of walkers, then you should know from the jump. There's no way it's ever going to work. That's what works. Actually, I do it all the time. First words I ever hear you say and it's just some crazy stupid shit. Hush. What do you mean exactly? When you cover yourself and their smell, rub the walker guts all over you. They can't tell you from one of them. Now I don't know who's crazier. Trust me. I've walked through herds before. It works. You just have to keep calm and make sure you're good and covered. You seem to know what you're talking about. Lee figured that out. What? It's how we got out of the Marsh house. Lee covered me and we walked right through. Really? Holy shit. Good one, Lee. All right. What are we waiting for? Let's get that stupid radio. We still have to find a way to get in the stock room. I got a plan for that too. Come on kid. Gonna need your help. Oh. Where the hell'd she come from? Thank you, friendly girl. Frau. We just need to use the wind. She can just climb up from there. Then just drop into one of the skylights over the stock room. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your death. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, it won't support much weight. Come on. Up and at them. Don't push her, Kenny. She's our best bet. What do you mean that, Clem? Well, now we're never going to guess. That's my girl. We gotta get that rope down. Mike, you want to boost her up? Come on kid. Don't let go. I got you. And a rope. Very good. Very good. Very good. Let's do something. Try to hurry, alright? I don't think they're the sharpest guards in the world, but they're no idiots either. They see you not in your bunk, we're all done. Okay. Shit, he's coming back. I gotta let you go. No, I can't stand here. Grab something. Yeah. The ladder. And they're coming. We're in trouble. They're coming. Trommeling in the darkness. I don't know if we're going to go. Okay, one. Uh. You're not gonna believe, Mum, are you? I don't know if I want to go here. I want to go here. Yeah. I don't know if we're going here. In the parking lot? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Die brauche ich. Die will ich als erstes. Denn durch ihn kann ich dann halt besser sehen. Also wissen, sehen, hören, was auch immer. Was los ist. Okay. Was ist das für ein Arschloch? So zieh auf, nicht ganz so tief. Ich weiß es nicht. 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 Sie sind nur, dass sie... ...mauern. Das ist was sie machen. Es macht mich verrückt. Es ist wirklich unnerving. Was ist ein Arschloch? Ich weiß was du meinst. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst, oder was ich selber. Es ist ein bisschen anders, wenn es die Menschen sind, die Menschen rumgezelt. Ich werde dir das machen. Ja. Und was machst du? Was machen wir morgen? Bill möchte mich zu starten, diese Bay-Door zu fixieren. Ist das, warum du da bist? Ja. Ah, ich bin da. 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 Lalalala. Schnell wieder weg. Schnell wieder weg. Schnell wieder weg. Keiner sieht uns. Denn ich bin toll. Okay. Gut gemacht, Mädchen. Nicht ganz runter. Nein. Nein, 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 nein. Oder? Ich bin da. Ich bin da. Troy wird zurück. Naja? Ich habe ihn. Alle, bleiben dort wo du bist. Keine Mühe. Keine Mühe. Das war so cool. Danke, Clem. Ich habe gesagt, du wahrscheinlich nicht sterben. Schön. Danke schön. Ich habe ich gut gemacht. Danke. 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 Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Frage ist, ob wir hier rein sind. Ja. Ich sage mal ein bisschen. Ich bin der Nassam. Ich bin der Nassam. Ich bin der Nassam. Na ja, vielleicht ist er seinen Träumen gefolgt. La 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 la. Uh-huh. Rebecca, Nick, Sarah, Jane, if you have to take a piss, do it now. The next break won't be for a while. Troy will be coming up for the rest of you. Why just them? Like I said, Troy's coming for the rest of you. Okay. What's the loss? She's crazy. She's a kid. Why would... There's a million reasons. She knows Luke. She can hide. She got the damn radio for us in the first place. Who cares? And I'm sorry, Mike. I'm sorry, Mike. I'm from fucking Adam, alright? And if I'm trusting someone to do something this important, I'm trusting her. Kenny's right. I should do it. Don't do something stupid, just to get some respect. She doesn't need your respect. Give me a radio. All right, little chickens. Let's get to bed. All right. I don't think today's gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster's gonna be surveilling your ass every second of the day. You hear? Got that? I'm afraid I need an answer, girl. Yes, sir. Come on. Oh, you have your pockets all out. I'm going to get your tags all snagged on something. Let's go. Oh, yeah, man. Bleib geschmeidig. Hey, she's with me. Oh, shit. I almost forgot. Yeah. Well, take her then. I don't care. Hello. Wait, wait. Wait, what's going on? Never mind. Just chores of a different sort. Come on, City Mouse. Can't you cut her a break? She'd really rather keep with us. People she knows. Won't they need my help? Well, today I need it more. Come on. Got it, got it, got it, got it, got it. I just wanted to make sure you were all right. I didn't believe you when you told me about Reggie. I ran and found Bill once I left you. Figured even if he had done it, he'd make up some sort of excuse. But Bill was just so matter of fact about it. Like he'd pulled up a weed or something. Like it had to be done. And that was just one of those moments when your blood runs cold. Goose pimples up and down your arm. Because it turns out the person you thought you knew was never there. You look anxious, Clementine. Something the matter? You know you can talk to me, right? I was dishonest when I first met you. But I swear on everything, Holly, that'll never happen again. Bonnie, Luke's waiting for me to give this to him. He needs it. Clementine! And all I need from you is to just not care where I am for 15 minutes.